Es ist nicht alles Gold, was glänzt und damit willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal, direkt nach der 1-4-Heimpleite gegen Werder Bremen. Hannover 96 also mit der ersten Pflichtspiel-Niederlage unter Christoph Dabrowski, unter dem wahrscheinlich auch restlichen Saison verbleibenden Trainer. Gottes Willen, was für ein konstruierter Satz, aber egal. Ja, was willst du dazu sagen? Ein komisches Spiel, ein ganz, ganz komisches Spiel. Werder Bremen, der wahrscheinlich individuell beste Kader der zweiten Liga, macht in der zweiten Halbzeit halt das, was ein guter Kader macht. Das muss man halt einfach so klar formulieren. Sie machen drei Tore, sie machen zwei glückliche Tore, sie haben aber das Glück erzwungen und dementsprechend verdient dieses Spiel gewonnen. Es ist in meinen Augen zwei Tore zu hoch, mindestens eins zu hoch, aber es ist am Ende ein verdienter Sieg und das geht auch völlig in Ordnung. Glückwunsch an die Bremer. Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr nicht mehr in der zweiten Liga spielen, aus eigenem Interesse. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass sie, wenn sie so weiterspielen, das nicht tun werden. Denn mit Ole Werner haben sie jetzt den richtigen Trainer an der Seitenlinie und das sieht wirklich gut aus. Und wenn man halt die Namen sich so vor Augen führt, wer da spielt aktuell, ein Toprak, ein Bittenkurt, Witzfigur, ein Füllkrug, ein Duxch, das ist schon wirklich nicht so schlecht. Und dementsprechend gehe ich ganz stark davon aus, dass Werner zumindest mal sehr stark um den Aufstieg mitspielen wird, auch wenn es bisher die Saison nicht einwandfrei lief und auch Unruhe gab. Aber trotzdem, mein Glückwunsch an die Werner-Fans. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch so eine richtige Rivalität gibt zwischen den beiden Vereinen. Für mich ist das, ja, war früher auf jeden Fall größer, als es mittlerweile ist. Aber gut, im Endeffekt sind sie aktuell auch auf einem anderen Status als wir. Und dementsprechend muss man sich da nicht drüber Gedanken machen, finde ich. Es war ein Spiel, das von Traumtoren, allerdings auch von komischen Toren geprägt war in der ersten Halbzeit und von einem Acker in der zweiten Halbzeit. Und Acker im Sinne von Ackern und Acker im Sinne von glückliche Dinger und gleichzeitig aber auch einer Mannschaft, die halt einfach die Qualität hat, diesen Acker zu richtig zu bespielen und einer Mannschaft, die über Strecken zeigt, dass sie die Qualität haben kann, aber es nicht die ganze Zeit durchzieht. Wir haben das Führungsstudy Romano Schmid 96 in der Anfangsphase wirklich solide, wirklich gut, finde ich. Also es war in Ordnung, Offensivdrang von Niklas Hult vor allem auf der linken Seite, allerdings dadurch halt Lücken auf der linken Verteidigungsposition. Das ist halt der Trade, den du da eingehst. Wenn du offensiv gefährlich sein willst, weil du Überzahlspiel schaffen möchtest, was mit Meiner und mit Hult auch ganz gut funktioniert hat, die Hereingaben waren halt am Ende nicht so gut, dann musst du halt eben diese Lücken reißen defensiv und dann passiert das und dann kommt Bittenkurt über die Seite, gibt den Ball in die Mitte, Schmid wird nicht so richtig angegangen. Das musst du halt eigentlich besser verteidigen, du musst ihm noch ein bisschen mehr auf den Füßen stehen, aber auf engstem Raum kriegt er den Ball irgendwie frei und zirkelt den dann ins Tor. Aber in meinen Augen, und das ist so ein bisschen auf Twitter zumindest eine Debatte gewesen, in meinen Augen steht Hansen bei seiner Körpergröße da ein Schnuff zu weit vorm Tor. Da muss er nicht so weit draußen stehen, meiner Meinung nach. Andererseits, das Ding hat da auch gut getroffen, der Schmid, von daher schönes Tor zum 1 zu 0, darf so aber trotzdem nicht fallen. Erstens, weil du den da vorm 16er nicht zum Schuss kommen lassen darfst und zweitens, weil Hansen den an einem guten Tag auch halten kann, halten muss und ich glaube, Ziele hätten gehabt, aber das ist eine andere Geschichte, da kommen wir später noch zu. Dann kommt der Ausgleich, und zwar relativ unwillkürlich. Dummer Beiverlust eigentlich von Friedl im Mittelfeld, beziehungsweise ein schlampiger Pass, beziehungsweise ein Stockfehler. Und Toprak kann das erst bereinigen, groß dann aber nicht mehr. Der hat einfach nicht die Qualität dazu im Vergleich zu Toprak. Dementsprechend gibt es einen Freistoß, der aus 35 Metern aus dem Halbfeld eigentlich total ungefährlich sein sollte, bei unserer Qualität nach Standards diese Saison. Aber Kerk zieht dann einfach direkt aufs Tor bei Pavlenka, und das hat er mehrfach gemacht in dem Spiel, und das ist mir dann aufgefallen. Vielleicht war das sogar bewusst von Kerk, also vielleicht wusste der das vor dem Spiel schon, weil Pavlenka ein bisschen weit aufs Tor draußen stand. Und dann zieht er den Ball aufs Tor. Pavlenka kommt nicht mehr entscheidend hin, stand also auch zu weit vor dem Tor, genauso wie Hansen. Und dementsprechend geht das Ding rein. Natürlich aus 35 Metern noch mal ein bisschen was anderes als aus 20, aber beides sehr, sehr schöne Tore. Erste Halbzeit der Traumtore sozusagen in Hannover. Danach war es so ein bisschen auf und ab, bitten kurz vor der Halbzeit noch mit einer sehr unnötigen gelben Karte, die seinen Charakter auf jeden Fall beschreibt. Voll von Franke, glaube ich, gegen Duxch oder so. Ich weiß gar nicht, gegen wen das war. Duxch beschwert sich natürlich, weil er eine Heususe ist und unbedingt die gelbe Karte möchte. Er hätte dafür normalerweise ja auch gelb bekommen müssen, weil du ja nicht meckern darfst. Pittencourt meckert aber auch und meckert noch über eine andere Szene und kriegt dafür dann gelb. Herzlichen Glückwunsch, die dümmste gelbe Karte des Wochenendes. Naja, leider Gott. Danach macht er noch einen Fallrückzieher. Das war wieder sportlich sehr, sehr gut. Er ist ja auch ein guter Fußballer. Er ist halt nur unglaublich unsympathisch, gerade als 96er, wo er ja mal gespielt hat. Der wird entschärft von Hansen und damit geht es mit 1 zu 1 in die Halbzeit. Zweite Halbzeit kommt 96 ganz gut raus. Maxi Bayer macht über links ordentlich Alarm. Ich habe da noch zu Jasper, der bekanntermaßen Bremen-Fan ist, geschrieben. Die rechte Seite von Bremen-Defensiv, die war echt nicht so gut. Also das sah in den letzten Wochen deutlich stabiler aus. Da haben die schon ganz gut Terror gemacht und haben sich auch Gelegenheiten erspielt. Allerdings halt nicht entscheidend das Ganze aufs Tor gemacht beziehungsweise nicht zwingend genug gewesen in den Situationen. Schrafraumbesetzung teilweise nicht optimal, aber meistens war halt auch derjenige, der den Ball am Fuß geführt hat, wenn er in den 16 Jahren gegangen ist, Maxi Bayer. Und der ist halt eigentlich der Stürmer und dass Lindenmeiner jetzt nicht gerade torgefährlich ist und dass auch die anderen Spieler da vorne nicht unbedingt die klassischen Strafraumstürmer oder Strafraumfüchse sind, ist ja hinlänglich bekannt. Am Ende des Tages kommt es dann, wie es kommen muss, und zwar auf der anderen Seite zum Torerfolg. Das Ganze muss halt dreimal vorher geklärt werden, aber am Ende des Tages macht Franz einen doofen Fehler. Der Ball kommt mit einer ganz unwillkürlichen Flugkurve zu Marvin Duxch, der gar nicht richtig weiß, was er machen kann in der Situation, aber einfach geistesgegenwärtig. Und ja, da zeigt er leider Gottes seine Qualität. Ich mag Marvin Duxch nicht, aber da zeigt er seine Qualität. Köpft das Ding in die lange Ecke. Hansen kommt da nicht ran. Er macht, wenn man es in der Hintertorperspektive sieht, er macht einen kurzen Sidestep auf die linke Seite. Dabei gibt er die rechte obere Ecke, deswegen kommt er nicht mehr ran. Aber das Ding kannst du nicht erahnen. Da kann man Hansen keinen Vorwurf machen. Der geht halt einfach rein. Und das ist halt einfach ein glückliches Tor, eine Bogenlampe. Ja, aber das beschreibt halt eben diese zweite Halbzeit ganz gut, weil danach hatte Bremen natürlich Oberwasser. Es kommt fast zum Ausgleich, weil Toprak Friedl anschießt oder sowas. Oder irgendwer hat irgendwen angeschlossen, vielleicht auch Veljkovic oder sowas. Das Ding kann von Pavlenka nicht mehr geklärt werden, geht aber auch so ganz knapp über die Latte rüber. Super glücklich in der Situation. Der hätte auch durchaus reingehen können. Pavlenka wieder ein bisschen weiter vor seinem Tor. In der Situation war völlig nachvollziehbar, weil eigentlich waren ja die beiden Bremer in Ballbesitz. Bei uns geht er halt nicht rein. Bei Duxch geht er halt rein. Ist ärgerlich. Und direkt danach gibt es noch ein, zwei Situationen, wo man sich ganz gut nach vorne kombiniert. Dazu möchte ich da auch noch was sagen. Aber es kommt halt dann zum 3 zu 1. Und zwar auch wieder durch eine Szene, die halt so nicht passieren darf. Ich glaube, ernst und ich weiß nicht, wer genau ernst und noch. Irgendwer behindert sich beim Kopfballduell. Der Ball kommt irgendwie an die Torauslinie. Der Ball wird in die Mitte gechippt. Hansen steht am kurzen Pfosten. Da muss er auch sein. In der Mitte geht Weidern aber nicht mit Anthony Jung mit. Der ja auch mal bei 96 im Gespräch war vor zwei Jahren. Oder anderthalb Jahren. Und Anthony Jung köpft den halt ein. Da sieht Weidern nicht so gut aus. Da sieht die Verteidigung allgemein nicht gut aus. Aber das ist halt einfach auch unglücklich in der Situation. Da hat Bremen einfach das nötige Quäntchen Glück. Aber sie haben es halt auch erzwungen. Und sie haben die Qualität, das dann zu nutzen. Weil dieser Chipball in die Mitte und auch den Kopfball dann reinzumachen und da zu stehen, das musst du halt erstmal machen. Und das lief bei uns halt nicht. Und bei Bremen lief es schon. Aber wie gesagt, das ist der beste Kader der Liga individuell. Meiner Meinung nach zumindest. Und ist das wirklich der Maßstab für 96 eher nicht. Danach versucht 96 nach vorne zu gehen. Allerdings Bremen durch diesen zwei Tore Vorsprung defensiv absolut stabil gewesen. Dann hat sich nicht mehr die Blöße gegeben, irgendwelche Räume zu öffnen oder irgendwas. Es war nicht mehr wirklich was Gefährliches dabei. Leider Gottes. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir mit Enali, der wurde genau beim 3 zu 1 eingewechselt, nochmal beim Stamm von 2 zu 1 ein bisschen Druck machen können. Ist leider nicht passiert. Und am Ende des Tages gibt es dann noch einen blöden Konter nach einem Ballverlust, wo Friedel allein auf Hansen zugeht, den Ball auch einschiebt. Friedel, nicht der geborene Torjäger, hat aber ein gutes Spiel in dem Sinne gemacht. Auch wenn er diesen Stockfehler hat, hat er seinen Fehler sozusagen mit dem 4 zu 1 wieder gut gemacht. Wie er den reinmacht, ist auch nicht so schlecht. Wenn man... Es ist halt... Ich will halt nicht die ganze Zeit Hansen kritisieren, weil das ist die letzten Wochen mein Narrativ so gefühlt. Es ist natürlich nicht seine Schuld, dass wir dieses Spiel verloren haben. Aber ein guter Torwart sieht da anders aus. Es ist halt trotzdem ein unglücklicher Auftritt von Hansen am Ende des Tages. Es ist nicht seine Schuld, dass wir verloren haben, beim besten Willen nicht. Ich will auch beim besten Willen keine Schuld auf ihn abwälzen. Aber er macht halt die kurze Ecke schon sehr dolle zu und lässt die lange Ecke schon sehr dolle offen. Und das finde ich in der Situation ärgerlich, aber es war sowieso schon verloren in meinen Augen. Das habe ich beim 3 zu 1 mir schon gedacht. Das Ding werden wir nicht mehr drehen. Ist ärgerlich, es sind verschenkte Punkte oder zumindest ein verschenkter Punkt, weil die erste Halbzeit hätte er auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt. Das war spielerisch völlig in Ordnung, auf dem Acker, der es dann am Ende des Tages war. Aber Bremen zeigt halt die Qualität einer Spitzenmannschaft der zweiten Liga und verdient dementsprechend am Ende diesen Sieg und diese drei Punkte und wird sich hoffentlich damit weiter nach oben katapultieren, nachdem Hamburg und der HSV sich ja auch, ja perfekt, Hamburg und der HSV, Hamburg und Schalke sich ja auch 1 zu 1 getrennt haben, ein bisschen näher rankommen und hoffentlich nächstes Jahr nicht mehr in der zweiten Liga spielen. Ähm, ja. Ja, trotzdem ist jetzt halt die Frage, Christoph Dabrowski, Trainer von 96 aktuell, bleibt der Trainer, wie sieht das aus, wie wird das sein? Es gibt, also Twitter ist ja nicht repräsentativ für irgendwas. Wir wissen alle, dass Twitter eine sehr toxische Plattform ist. Aber da gibt es ja wieder die Diskussion darüber und da habe ich mir auch ein bisschen mit reingenommen und das ist auch dumm von mir, weil ich eigentlich, ich meine, ich muss nicht immer meine Meinung jedem aufdrücken, jeder darf seine Meinung haben, das war völlig in Ordnung. Ich sage hier meine Meinung, jeder kann seine Meinung haben, ist völlig in Ordnung. Ich finde es halt ein bisschen schwierig zu sagen, dass das eine schlechte Leistung war von 96. Weil eine schlechte Leistung war es in meinen Augen nicht und es war auch spielerisch keine schlechte Leistung. Das war ein Acker, da hat auch Havelse seinen Ballteil zu beigetragen, aber das ist halt normal, das war ja von Anfang an jedem bewusst, wenn 96 halt Havelse sagt, okay, ihr könnt in der Hardy Arena spielen, dass das schwierig werden würde mit dem Rasen irgendwann, gerade weil wir halt auch als Zweitligist nicht so viel Geld haben, um immer auf Trab zu halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dafür war es spielerisch völlig in Ordnung. Wir haben uns oft genug über die linke Seite nach vorne kombiniert. Über rechts ging nicht so viel, aber über links war das wirklich, wirklich gut, finde ich. Und da kann man in meinen Augen nicht sagen, dass das ein schlechtes Spiel war oder dass wir 4-1, dass es so eine Klatsche war, dass es ein Trümmerhaufen ist spielerisch und so weiter und so fort. Weil das war es einfach nicht. Bremen hat das gut gemacht, Bremen hat das abgezockt gemacht. Sie waren die bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit, aber trotzdem war das kein schlechter Auftritt von Hannover 96. Das war nicht wie unter Zimmermann teilweise. Das ist halt auch nicht irgendwie Rostock oder sowas. Das ist halt Werder Bremen. So, und dann finde ich es legitim, dass man sich da, ja, ein bisschen abschießen lässt, weil man halt nochmal nach vorne pusht, wenn man vielleicht den Fans nochmal was bieten möchte, kurz vor Weihnachten, die ja auch nochmal da sind zum Rückrundenauftakt. Und dann kassierst du halt das 4-1. Bei 3-1 wäre es wahrscheinlich gar keine Diskussion in dem Maße, zumal die Gegentore halt super billig waren und super unnötig aus unserer Sicht, auch wenn Bremen es, wie gesagt, gut gemacht hat. Ja, was willst du da groß anders machen an Dabrowski-Stelle? Der hat in der ersten Halbzeit meiner super gecoacht, finde ich. Das war gut. Der hat meiner zur Seite genommen, hat gesagt, geh tiefer, wir wollen die Kontersituation. Ich habe bei der Aufstellung von Anfang an gedacht, wir haben keinen klassischen Neuner da vorne drin, sondern schnelle Spieler. Wir werden nur auf Konter gehen. Das hat sich halt durch das 1-0 dann, und dadurch, dass wir spielerisch in der Anfangsphase auch wirklich nicht so schlecht waren, auch ohne Konter, auch so aus dem Spiel heraus gut was gemacht haben, war das halt ein bisschen konterkariert, weil normalerweise darf dieses Tor gar nicht fallen, weil normalerweise ist nicht gedacht, dass Huld die ganze linke Seite offen lässt. Am Ende hat Bremen uns ausgekontert. Aber es gab genug Abschlusssituationen, es gab genug Situationen, wo wir im 16er gefährlich waren, gerade Huld und Bayern. Und dann ist es halt spielerisch keine schlechte Leistung. Meiner Meinung nach. Defensiv ist eine andere Geschichte. Du musst halt diese Dinger verteidigen, aber das ist halt auch das nötige Spielglück, was Bremen einfach hatte und wir nicht in der Situation. Dementsprechend, ich bin weiterhin überzeugt davon, dass Dabrowski seine Chance bekommen sollte. Wir brauchen keinen Feuerwehrmann im Abschließkampf. Wir haben die Qualität in dieser Liga mehr als gut zu bestehen. Ich bin auch weiterhin der Meinung, auch wenn das sportlich eine schwierige Situation ist aktuell, dass der Kader besser ist als der Tabellenplatz und dass Dabrowski jetzt in der Winterpause Zeit hat, die richtigen Weichen zu stellen und die Jungs in die richtige Richtung zu lenken und dass wir am Ende des Tages halt eben nicht im Abstiegskampf enden werden, sondern dass wir einfach nicht auf Krampf die Saison zu Ende spielen und dass es nicht im Bibbern und Bangen wird. Das ist mir zu pessimistisch. Ich bin Optimist. Das ist pessimistisch. Wow. Das ist pessimistisch. Die Realität oder der Realismus wird irgendwo dazwischen liegen. Also irgendwas dazwischen wird es wohl sein. Nein, wir werden nicht absteigen. Da lege ich mich fest. Wir werden nicht aufsteigen. Auch da lege ich mich fest. Es wird irgendwas im Mittelfeld und ich hoffe, Dabrowski wird die Zeit gegeben, eine Mannschaft zu formen und dann nächste Saison vielleicht wieder ein bisschen mehr oben mitzuspielen. Auch dafür müssen Verträge verlängert werden und so weiter und so fort. Gegebenenfalls muss nochmal nachjustiert werden auf einigen Positionen. Anscheinend scheinen Tribble und auch Franz nicht die Qualität zu haben, um Sechser zu sein. Wenn und nur mal ausfällt, so wie heute, der aus psychischen und aus physischen Gründen nicht im Kader stehen konnte, weil er sich nicht bereit gefühlt hat zu spielen. Was menschlich ist und völlig okay, da wird auch wieder ein viel zu großes Fass drauf ausgemacht. Wenn ein Spieler sich nicht danach fühlt, aus was für Gründen auch immer, wenn es ihm nicht gut geht, wenn er irgendwie eine harte Zeit hat, wenn er ein schlecht, was weiß ich was, ja dann lass ihn halt draußen. Das ist doch völlig, das ist menschlich. Wir sind doch hier keine Maschinen. Das ist immer noch Fußball. Und das darf nicht so, es wird immer gesagt, wir dürfen den Fußball nicht so zu einem Produkt machen. Aber wenn du einem Menschen nicht zugestehst, dass auch mal ein Spiel draußen ist und das auch nicht klar kommuniziert werden darf, weil es Schwäche zeigt, dann ist das in meinen Augen einfach schwach. Dann ist das das Problem. Und zwar, dass halt einfach das Ganze vermaschinisiert wird, wenn das überhaupt ein Wort ist, keine Ahnung. Das sind Menschen. Und wenn und du er nicht kann, kann er nicht. Bitter heute in dem Spiel, weil wir ihn gut hätten gebrauchen können, weil Franz auch keinen so guten Tag hatte, aber am Ende des Tages völlig legitim. Jetzt ist Winterpause, jetzt wird vorbereitet und ich hoffe, dass Saborowski auch nach diesem 1 zu 4 bleibt, weil ich auch einen Mangel an Alternativen sehe. Weil wenn Tune kommt, ist er nach drei Monaten erstmal desillusioniert, muss erstmal feststellen, oh ich bin ja bei Hannover 96, hier läuft ja alles ganz schön scheiße. Das gleiche für Uwe Röster, das gleiche für jeden anderen Trainer, der auf der Liste stand. Ich glaube, mit Dabo geht man den richtigen Weg. Mit Stendl hat es damals auch ganz gut funktioniert. Ich bin gespannt, aber das ist meine Meinung. Ich finde spielerisch war es nicht schlecht. Bremen war besser, aber wir müssen uns nicht verstecken, wenn wir diese Leistung aus der ersten Halbzeit reproduzieren können in den nächsten Spielen. Sieht das wirklich gut aus, zumal die nächsten Gegner halt auch nicht Werder Bremen heißen. Ja, Werder-Fans, die dieses Video sehen, viel Spaß im Aufstiegskampf. Ich drücke euch die Daumen. Ich gönne euch, dass ihr aufsteigt, wie gesagt, aus eigenem Interesse. Und ja, alle 96 Fans, Kopf hoch, Weihnachten wird trotzdem schön. Na, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, folgt mir gerade auf Instagram. Der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Auch gerne den Kanal abonnieren, weil mir aufgefallen ist, dass viele meinen Kanal nicht abonniert haben. Ist eine Lüge. Jeder YouTuber, der euch das erzählt, es ist niemandem aufgefallen. Jeder YouTuber weiß das, weil das der erste Blick ins Dashboard ist bei den Creatoren. Das geht mir bei jedem auf den Sack, der das macht. Naja, wie gesagt, abonniert den Kanal. Wenn nicht, dann nicht. Dann guckt halt einfach so weiter. Ist mir auch egal. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen 4. Advent. Guck an. Macht's gut, haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.